Mei oh mei, herzlich willkommen zurück zu Rainbow Six Siege, Hostage, natürlich mal wieder. Das haben wir den Dalu, den Uwe und den Kun Dran. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Leute! Metal Leute! Metal Leute! Metal Leute, man ist natürlich auch dabei. Daluan Operator, dann hol ich mir noch was zu essen, Kun Dran lädt ja noch. Der Uwe fehlt noch. Uwe fehlt. Ich nehme dich. Oh Gott, was wird da Untersuchung hink? Denk dran, eine Armlänge Abstand, ja. Was denn da mit einer Armlänge? Eine Armlänge Abstand halten. Beim Doc? Beim Doc. Aber du kannst auch nach hinten gehen, wenn du willst. Wie meinst du das jetzt? Alles gut. Auge des Betrachters. Einer lädt noch ein. Einer lädt noch ein. Einer lädt noch ein. Los, alle! Gieß mal, ist die Viewtime ganz bescheuert. Ich mach doch mal hin, das wieder auf Minus 5. Aber was soll denn das? Sei doch mal nicht immer so gemein. Aber dein Micro hat sich geändert. Also nicht von der Lautstärke her, du klingst qualitativ schlechter. Ehrlich jetzt? Ja. Nein, nein, Laptop, Mikro würde ich jetzt nicht sagen. Es ist immer noch eine gute Quali, aber ein bisschen schlechter. Hat sich gelohnt, die Investition. Hast du ein neues Mikro? Hast du ein neues Mikro? Äh, bevor alle lachen, nein, habe ich nicht. Okay, weil Sachsen Investitionen hat sich ja gelohnt. Ich habe, ich hatte ja schon immer das rote MP1A, aber ich habe, aber ich habe ein Interface anstatt eine Multipload. Ah, dann ist das noch nicht perfekt eingestellt. Du kannst ja erst mal einen Weg noch. Äh, du kannst doch trotzdem, ich habe auch ein Interface und kann da ein paar Sachen ändern. Muss man mal gucken, was auch hier ist eine Drohne. Warte mal, was kann man hier noch machen? Zumachen? Den haben wir noch. Alter. Das Licht hier drin ist immer mega bescheuert. Ja. So, Raum ist dicht. Boom. Achso. Sicher, dass hier drin keine Drohne mehr ist? Nö. Vorsicht. Kam durch Fenster gesprungen, hat mich direkt im Sprung, ey. Entdeckt. Wobei das im Sinn, Alter. Ich wurde entdeckt. Ich wurde entdeckt, ja. Ich auch. Das war blöd. Wir haben den Pettelster. Wir haben im Warteraum die Tür auf jeden Fall schon mal die und die Fenster aufgemacht. Hey, wo ist da jemand reingesprungen? Ja. In Sachsen. Ja, wo die Drohne ist. Ohne Taschenlampe. Beschützt ihr uns auch schön da draußen? Oh, sagst du es rein? Ey, ich hab dich doch, du Knecht, du Elender. Ich muss, müsste weg sein. Ja, er ist auch tot, okay. Ich bin ruhig, dass er also hier bei Kunter unter Norbier. Nur noch einen Gegner in Brich. Wolle mal, ja, das ist der Bug, der ist in den großen Raum halt, ne? Der eine Kill war so geil. Los, ich reiß einen Kunden ran, du holst ihn. Hat er schon gefressen. Ist doch markiert. Schön, Leute. Was hab ich gesagt? Schön, Leute. War doch top. Wie so eine Sentry Gun von links. Ich bin der Bärsch. Du bist der Bärsch? Bärsch. Du bist der Bärsch. Du bist der Bärsch. Lattko. Aber findet ihr, das klingt viel schlechter? Nein, viel schlechter nicht. Ich denke, er war auch so viel nach unten, kannst du mit der Stimme nicht mehr. Ich denke aber weniger. Das liegt nicht an der Hardware. Das liegt daran, dass er nicht mehr raucht. Nein, nein, also von der Quali her geht's vollkommen in Ordnung, aber man hat gemerkt, dass du vorher ein Mischpult hattest, weil du ja Bass und sowas ein bisschen einstellen konntest und es fehlt ein bisschen was in der Stimme. Ich bin jetzt kein Audio-Techniker, aber eine Sache fehlt. Also es fehlt was. Das muss ich rausfinden. Es ist aber nur, wenn du lauter redest. Müsste vielleicht sogar gleich Raum sein, oder? Weil als du gesungen hast zum Beispiel oder so, dann merkt man's. Okay. Ist das der gleiche Raum? Wahrscheinlich der gleiche Raum wie wir. Wer ist das da oben? Arnus. Etage verpasst. Er weiß gar nicht mehr, warum der umfährt. Was ist der Arnus? Ja, ich guck. Guck. Mach mal. Hier unten hinter dieser Wand. Da seht ihr direkt. Ja, und dann noch eine Wand. Dann bin ich zur Schockdrohne. Die musst du kaputt machen. Bugs dir. Komm ich mal rauf, hab dich nicht so. Geht eher ums C4. Ich hab gehofft, dass einer wirft. Ach, will er, Alter. Ernsthaft? Ja, was will er, Alter. Stabiliert sich mit dem King. Alter, ich treffe nicht mal die Kamera. Ist die Schockdrohne noch unterwegs hier? Ja. Warte mal rein hier, Reni. Und eine Nitro-Celle habe ich kaputt gemacht. Na, da war auf jeden Fall erstmal... Ja, Wortlau. Auf jeden Fall ist wehr dran. Ein Schockdrohne noch mal. Shit! Hat er gut gemacht. War zu langsam. Der Schuh des Manus. Wo ist der Machen? Da hat er eigentlich einer direkt hier. Hinten links noch, Manus. Achtung, gegen der Geisel. Du musst auf die Geisel aufpassen. Wenn das Geisel ist, ist es bestimmt Geisel, oder? Ja, ja. Ja, ist was. Ja. Maxi, Vorsicht, da ist einer in dem anderen Raum. Du siehst ihn, Manus, rechts. Ist das hinter dem Tisch? Ja. Hinter dem ersten Schreibtisch. Aber ich habe ihn noch in die Füße geschossen. Ja, der hat auf jeden Fall ein bisschen Damage bekommen. Ihr habt da noch einen Schönen-Kunnen-Raden. Aus dem... Unten links aus dem Raum raus. Also im Raum ist noch einer drin, hinter dem Schild. Schön, McFly. Der Letzte, weißt du, deiner? Äh, Stubb, der wurde da. Auch den... Hinter dem Schreibtisch. Jawoll, Leute. Ja, das ist ein Geisel eigentlich. In dem Raum. Vorne, zwischen den Fenstern. Ja, gerade da nämlich so ein bisschen Angst-Scheiße. Ist da nicht eigentlich die Geisel? Alter, da waren mehr drinne als gedacht. Da waren, ich glaube, vier Leute drin. Krass. Aber die haben einfach weggebumst. Ach nee, keine Chance. Nee. Bobos, ne? Keine Chance. Easy. Merkt man direkt, wenn Link mit nicht mitspielt, haben wir mehr Aufnahmen. Jo. Ja, es ist... Ja, man kann es nicht verneilen. Irgendwo stimmt das, aber irgendwo ist man auch... Ja. Wenn der Sachse mal einen Kill macht, dann holen wir auch meistens eine Runde. Herr Sachse? Mhm. Ja. Ich beschütze ja eigentlich nur alle. Ich habe nur gerade geguckt, wo ich bin, aber wir haben ja drei Eins, Eins, Einser. Ja, ja, eins, Eins. Ja, ja, eins, Eins. Alles gut. Alles gut, also... Ja, wir führen 2-0. Alles wunderbar. Kack auf die Stats. Ja. Nee, ich dachte... Mehr killen konnte man ja eh nicht. Nee. Ich dachte, du wolltest mich dissen. Habe ich ja. Deswegen glaube ich da gerade noch mal... Nee, hast du ja nicht. Ja, schon. Nee. Du vergleichst dich mit Manus. Was laberst du? Nicht mal ansatzweise. Hast du Martino angeguckt und mich? Du bist ja sportliche. Naja, ich komm ja seit. Naja. Ich bin so sportlich schon. Ey, Alter, Rengi, hör auf! Ach, nee, da, du. Was? Hast du Damage bekommen? Nein. Siehst du? Nee, ich habe gedacht, Rengi ist es. Also, er hat mich tot gesehen. Döhm. 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 Hier liegen Westen, Jungs. Snack mal. Lieve Westen! Vor allem hier müssen wir noch die Wand verschackern. Was ist los? Da hängt einer direkt bei der Geisel, wobei eine Drohne. Döhm. Halt mehr. Döhm. Halt mehr. Ist der Dön tot? Nee, kaputt. Wo ist die Tür? Lass mal offen. Halt im Salto. Welcome, Matt. Äh. Schließ dich mal ein, man muss. Warum? Nimm eine die Weste raus, sonst meinst du gleich kaputt. Ah, ja. Wo ist die, wo ist die, wo ist die? Hier hinten bei mir. Aber passt. Achso. Bärenfalle passt du sonst nicht hinten. Oh. Alter, musst du nicht. Musst du nicht, dass du hier hinten drauf bist. Wäre der Aufreisen nicht leichter gewesen. Hä? Hä? Jo, der fused schon mal. Piep. 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 Ich bin für den Stahl, Leute. Na? Hast du bald ein Loch durch, Kondran? Ja. Da fährt doch... Oh, da fuhr ne Drohne rein. Wir haben dich nach gesehen, Kondran. Ich würde aufmachen. Ich würde aufmachen. Die Drohne habe ich. Ich würde aufmachen. Ich würde aufmachen. Die Kameras sind kaputt. Müssten alle schon im Haus sein. Oh, fuck. Eine Seitenwand geht kaputt. Haupttür ist offen. Ungefähr, ja. Daneben die Wand auch. Oh, die Enemies haben die Injured. Die Geist liegt am Boden. Ja, dann Defense. Lass mal einen holen. Lass ihn letztes Mal reinrennen. Kommt. Er muss ja die Geisel holen. Macht mal wirklich def. Lass ihn mal hinrennen bitte. Versteck dich da. Alle zu Kondra in die Ecke. Alle zu Kondra. Ja, sieht er ja, wenn die da hinlaufen. Ja und? Was soll er tun? Will er erst in die Ecke rennen? Lass ihn bitte mal. Die Geisel ist gleich tot. Ach, der macht schon wieder nichts. Warum? Es bringt doch nichts. Es ist doch dann vorbei, wenn er nichts tut. Aber die sind doof. Die sind halt doof. Weißt du? Ja, nö. Dann haben wir jetzt verloren. Kommt. Ich geh da jetzt nicht hin. Nö. Nö. Ich zieh da lieber noch ein bisschen. Nö. Was ist? Er muss doch. Ich versteh's nicht. Alter, warte los. Ja. Wieder gegen Bubus. Jaha. Gegen Bubus gewonnen. Däumchen da lassen nicht vergessen. Ey, Manus Erster, Alter. Tschüss, Leute. Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja, ja. Reingehauen. Manus Erster, ne? Merkt's mir. Tschüss. Wir sind schon längst auf. Wir sind schon auf. Wir sind nicht mehr ohne. Jeder geht ab. Vielen Dank.